hallo herzlich willkommen zu was haben jetzt wieder aufgenommen nix lego fortnight das ding ist ja auf level 10 und wenn ich hier so lange komme ich ja hier in das ja vielleicht besser in die richtung so in das ganz normale gras gebiet kommen wir hier so ich möchte gerne inzwischen noch eine basis aufbauen also so ein gras lager basis oder kann ich das am see machen kann ich auf dem see bauen das würde mich mal interessieren wirklich auf dem see bauen der ist da hinten kann man denn auf dem see bauen okay warte mal und zwar fundamente und kann ich das in see platz ziehen oder geht sogar und könnte auf dem see bauen vielleicht ein bisschen zu klein drehen es ist an der welt ausgerichtet oder kann ich hier irgendwie mit alt drehen mit schiff drehen irgendwie gleich immer weg ich wollte hier wird anderes bauen und zwar wollte ich bauen bei gebäude hier gibt es kein lonely lotch das gibt es hier gar nicht ne also hier zum beispiel gibt es ja die burg und hier unten gibt es diesen großen palast die kann man bauen dann ist das hier ein tor ja man könnte natürlich in die burg auch noch sowas ranpacken und eine kirche oder sowas okay wie baue ich das ja die lodge so die kann ich da auch erst mal 66 holz bedeutet ich gehe dann doch dahin oder ja komm hier ist doch eine schöne ebene hier so ne war das das ne noch ein bisschen weiter aber wo sieht man denn wo es gerade ist das sah schon ein bisschen gerade aus daheben das ist jedoch gar nicht gerade auch wenn es hier so aussieht das ist weiter oben ach ja geht weg ja alarm ich wollte kann sagen das macht macht er doch ich glaube schon also hier bauen oder wo war es hier unten irgendwo ne wo es schön gerade ist vielleicht direkt an so einem weg mal hier hinten ist doch schön gerade dann werde ich hier hin bauen ja das sieht doch gut aus blöde ist die bäume kommen dann immer wieder raus ja hier so am see gelegen dann kommt da hinten noch eine kleine hütte hin was macht hier so geräusche hier was können wir denn bauen ähm ja eine riesige lodge könnten wir bauen dafür brauchen wir noch mal mehr holz als ich muss ja jetzt mal klein anfangen so die riesige lodge gleich so richtung wasser na dann kann ich das nicht hoch und runter machen drehen anstupsen bauen nach oben geht gar nicht nur nach unten und hier hin gelände oder jetzt hier mit blick auf see wunderbar äh 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 ne da erstmal e drücken wie bülb ach ich steh drauf da steh ich drauf da steh ich drauf so ach ich dachte man hätte so ne und vor auch hier gehabt aber offensichtlich nicht naja natürlich steht schon wieder drin nicht genügend ressourcen baumstämme ok dann ähm mich hätten mir doch am besten hier meine kiste gebaut oder sowas wo ist denn meine axt ne die ist ja da so momentan der sprossling hier rauskommt dann habe ich den mit unserem neuen dingen weg so ist der plan von zwei von denen teile austauschen mit kuh mir ist die so viel habe ich noch rustikale treppe wer die tür aufgemacht was du dort perfekt so war mal fenster ja gut keine materialien mehr okay kann ich mir wenigstens ein bett bauen was hier nacht wird senior ritter ein antikes bettes bett egal kommt hierhin falls ich sterbe ein bett so und weil sie so gefährlich ist kommt natürlich eine burgmauer drumherum recht burgmauer stadtmauer das steht aber hier schwer hoch ich hab doch eh gedrückt so und das geht auch noch ne ja okay jetzt fangen nicht mit dem dach weiter an die tür kommt daher nennen nennen erst doppelfenster dahin so jetzt hatten wir hier schon mal unsere ruhe sehr gut jetzt da hoch so für zwei kann ich noch und das ding kostet zwei könnte hier mal tag werden sie nix und hier kommt bestimmt gleich tausend skelette raus nur sieben holz eine werkbank sollte ich mir vielleicht mal hinstellen denn ja das habe ich auch unglaublich und guck mal das skelett hat uns schon beobachtet hier saß relativ geradeaus aber was ist ja macht tür wieder zu und kommen jedoch hierin auch lagerfeuer das kommt jetzt hier mit mir wunderbar eine kiste große truhe wo pack ich die denn hin vielleicht hier ja für den anfang wenn ich die weg bau krieg ich ja meine sachen wieder so ein paar sachen habe ich aus der alten basis mitgenommen ungetümsschuppe marmor ich glaube brauchen wir jetzt noch nicht granit ja könnte sein obsidian eher nicht die dinger können raus mhm bernstein ne so wo kommt die werkbank hin mhm werkbank ja da passt sie nicht ja ich weiß ist im moment ein bisschen eng hier ja ich bin am verhungern so schlimm ist es gar nicht werkbank kommt hier hin ich hätte das feuer draußen hinpacken sollen oder ich glaube schon sonst verbrenne ich mir hier nämlich die füße wenn das da stimmt so dahin es ist zwar hier ein bisschen dunkler aber was soll's so weiter geht's ne manne ich muss drücken e und dann geht's hier weiter wo kommen die denn hin nach da von denen hier mhm 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 nix mehr am start mhm 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 嗎 miş mhm mhm much mhm 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 cosa mhm also hier ist das ja total überschaubar noch nie kostet alles ja nur holz oder doch so bis zum eisen ist es bis dahin und weichholz war da mal wo ist ein weichholz in welcher richtung ich meine in die ne da ist wüste passt doch perfekt kann man nicht meckern ist dann eigentlich update gekommen ich glaube nicht ne was ja eigentlich ein anderes holz näher das war das gleiche raschel raschel ok nee ich will in dieser folge das haus hier noch fertig kommen aber hier muss eine treppe hin das muss ich gleich machen so gelenda dahin 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 so acht von 26 dann dauern aber sie gut aus das ding mit mir warum ist das jetzt dazwischen ja ja ganz am anfang war das so da hat man geguckt doch man so viele bauteile braucht man farmen ohne ende jetzt mit der axt ist ja farmen gar kein ding mehr allerdings brauche ich dafür eisen für diese axt wird werden wohl nicht ewig benutzen wo soll das dann hin hallo kann man das lange kommt dahin ok gut falsch drauf geguckt so nach innen hallo hallo zwei dicke eine wand ich glaube ich glaube ich habe kein holz mehr ich dadurch kann ich so ich habe ein bisschen holz auch äh ganz ganz darunter leider ist es jetzt auch wieder dunkel geworden beim holz sammeln was willst du machen 44 hat sie mich erwischt wo ist mein haus so richtig gerade ist es hier nicht warum ich das denn angesehen ich habe es von hier hinten angesetzt also nicht so dann bauen wir das ding fertig gut ist 70 100 holzwerter reich aber 86 90 99 ist er schon wieder gewachst so so ich hoffe wir werden da wirklich heute noch fertig so ich so ich 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 und muss ich gleich aufs dach oder kann ich es von hier unten bauen ich muss gleich aufs dach ja komm wir bauen von unten was von unten geht den rest mache ich dann von einer anderen seite jetzt komme ich nämlich die dachgiebeln da komme ich glaube ich schon hier nicht da komme ich nicht dran nein abbrechen städigen was jetzt passiert ich wollte nur eine treppe setzen digga die wird nicht reichen die schon nein ich muss erst drücken was habe ich jetzt gemacht will hier weiter bauen bitte ich drehe es bohren nicht in ernst ich habe den ganzen blueprint abgebrochen muss mir die selber raussuchen dich ja was war das jetzt hier so ne dann versuche ich mal von hand zu fuß ja so einfach ist das eben nicht nee das sind doch die dinge passt jetzt ist die frage nee das sieht doch dann kacke aus ich stehe mal wieder mir selber am weg so und das ding muss weg irgendwie ist doch hier ein anderes warte mal was das wo ist die gala dach fährst ach doch warte mal wenn ich das geh du mal da weg doch das sollte so passen ja das passt so und nee der ist zu kurz äh der der passt ja siehste hab ich auch alleine ganz gekriegt perfekt unser Haus ist fertig wie findet ihr das gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen dann nochmal bis dahin gehabt euch gut und tschüss bis dahin